Jo, was geht ab Leute und willkommen zur Gaming Academy mit meinen guten alten Kumpel G.O.G. Was geht ab? Jo, äh, heute zocken wir Paladins jetzt in der erste Runde, also nicht in der erste Runde Paladins, sondern in der erste Runde auf YouTube und generell in der ersten Play auf YouTube. Und ich würde mich freuen, Leute, gerade letztes ein bisschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr, ja, abonniert und das Video bis zum Ende anguckt, denn, ja, ist der cool halt so, ne? Und, ja, heute zocken wir halt, wie gesagt, Paladins und wenn zukünftig wird vielleicht Fortnite, aber Fortnite macht jetzt nicht so Spaß, trotzdem wird mal Fortnite zu kommen, weil wir haben schon seit Season 1 gespielt und irgendwann mal wird's langweilig und deswegen, aber Fortnite ist ja sowieso voll mit, auf YouTube, also guckt es ja nicht. Und hier sind schon ein paar Gegner. Geht's sehr. Uh, ist einer? Oh, fuck. Komm mit. Nein, fuck, bin ich ins Bett gestorben. Nein. Sorry, dass ich ein bisschen stotterere, aber... Ich bin mal bei mir so halt. Kann ich nicht viel tun. Lel. Das mal lieber auch, Junge! Alter! Du, hinter dir! Du scheiße. Ey. Ey. Ich hab ein Double Kill gemacht. Geil. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, unbedingend. Was hinter mir? Ich hab ethisch abgeschraubt. Enemy Double Kill. Ich versuch mal, es Triple Kill zu machen. Jo, und Jonah, wen spielst du da? Okay. Nein. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn wir irgendwelche Challenges oder sowas machen sollen. Däum oder Räum oder, ich weiß nicht, ich hab den Liffen noch eingenommen. Gut. Also, wir werden immer für Let's Plays machen, wie höchstens 10 Minuten gehen werden. Äh, nicht 10 Minuten, nicht 10 Minuten, 30 Minuten, hab ich grad versprochen, vielleicht. Ähm, aber hauptsächlich machen wir bestimmt so 20 Minuten oder vielleicht auch 15. Also, ne Runde Paladins. Ne Runde Paladins ist ja auch nicht wirklich kurz. 15 Minuten oder so. Ja. Wird in die Fall auch ein bisschen Money verdienen, ne? Ja, LL. Boah, wir werden jetzt gar nichts verdienen damit. Alter, ich war hier gerade. Double kill. Wenn nicht easy, war ein bisschen schwer. Aber geil. Wir werden sehr wahrscheinlich bei den nächsten Folgen oder beim nächsten Letztläden die Sicht von G.U.G. sehen. Werner kann ja auch alleine was hochladen, wundert euch nicht, wenn es geht. Zum Beispiel von einem Joghler-Werder, ja, ja, jetzt. Hilfe! Nein! Hilfe! Hilfe! Nein! Ich nehme die ganze Zeit los ein. 3, äh 5 Tod ist eigentlich nicht so gut. Die Todesländer sind fackig. Ja, kann man aber. Oh fack. Hä? Was? Hilfe! Hm? Zwar ich nicht ich, aber ich hab trotzdem Kill dafür bekommen. Ich hab hier nicht mehr für deinen. Was? Du wirf, der Sniper! Ich hilf dich! Nein! Ich bin tot. Ja, fack. Knife nimmt die ganze Zeit was ein. Glaub das wird ein Krieg für uns? Sehr wahrscheinlich. Ich hab auch schon 200 Fins alleine eine noch. Vielleicht Screamy auch mal. Na, maybe. Ich hab ihn nicht halt einigen. Junge! Junge! Kann er sich mal nicht verpissen! Junge, muss da hin! Stell! Wende! Ich rauch einfach. Die haben aber noch nicht überhaupt gebrochen. Nein! Zack, Advent Break! Ja! Ja! Aber wir machen das alles wegen Spaß und so. Also, wir suchen jetzt keine wirklich große Reichweite zu kriegen. Ja, aber trotzdem werden wir vielleicht sogar Fortnite als Band. Vielleicht sogar morgen oder heute kommt es vielleicht noch ein Video. Vielleicht. Vielleicht. Ich werde vielleicht auch alleine mal, oder er wird mal alleine eine Runde Star Wars Battlefront auf dem Kanal hochladen, oder? Oh, nice! Das ist... Ich hab ähm... Killing Spree... Keine Ahnung. Ja. So, hier könnt ihr nochmal sehen, wie ich... Double Kill gemacht hab. Ja, danke. Ähm, ja. Ich hoffe, dass hat das Video gefallen. Ähm... Ja, das ist immer so. Sehr gerne. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Ähm, müsst ihr mal. Guckt in die Videobeschreibung, da sind unsere beiden Kanäle verlinkt. Nein. Vielleicht. Werde ich noch mal sehen, vielleicht auch nicht. Okay, ich würde sagen. Tschüss. Das war es mit Jack. Ciao.